hallo und willkommen zu zu mit dabei sind wieder mal der gute smoker der ost der ostwind verteidigen wir jetzt oder was ja ich glaube scheiße deswegen habe ich kontrollraum genommen weil küche war ja blöd ja wen willst du kontrollieren alle deutschland junge ich schläge hier raus meine bernfall macht schön aber bei den westen gott habe ich kraft im abend box einfach mal ein loch aber noch eine wand jetzt können sie kommen hat irgendwer besten eigentlich kommt hier rein kommst du rein kommst du rein bei mir besten liegen hier bei mir wo sind die westen da wo es zeichen ist für die westen ja das ist money ja man was von wo von wo alles gut ich mach das grad was macht denn hier bumm das klingt wie in der haus vor die oder die näher einer tod du du ist schön dass du deine md vom fenster platziert hast aber die können wir ganz schnell wieder ausschließen drei gegner übrig ich sehe einen um der ecke vor der tür kannst du um der ecke gucken da ist moga pass auf rechts 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 die tür da steht einer davor das muss ich noch meine bernfall rein gerannt nein ich hab noch welche wieso mach doch mal hier welche vor wo denn wo sagt doch was du standest neben in den raum ich weiß die geisel absichern am besten daran daneben gleich oder sie ich weiß nicht wie es dahinter aussieht äh äh genau so ich fühle mich ich fühle mich ich fühle mich ich fühle mich der der md steht mit der dicksten wumme jetzt fühle ich mich sicher ich glaube bei dir so ich geh jetzt einfach kurz ins youtube rein alter ihr säcke die haben wir gerade neu gezogen ich bin ein paar archen hier achten achten egal wie auf dem raum ich wollte ich sagen ich gehe da durch und dem und es ist noch viel übrig also so viel schluck schuld spaß schuld spaß hilfe fach geht direkt zu geisel die bedrohung wurde eliminiert der feind vom die geisel absichern wo gibt es da gibt es das machen wir jetzt hier alter das ist natürlich jetzt richtig scheiße ne ja lernjas könnte sein mg genau da hinstellen wenn ich einfach die finne laufen werde ich werde ich das tun ok lass bei dir wirst du mal f f f alter ernst so gut dann hau ich euch auf nein ich kann nicht mehr was abschüsse geholl beste bestermann 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 kommt die alle von kurz ich kann es nicht ich kann es nicht sprechen auf jeden Fall müsste ich gleich mal nachladen was noch jetzt kannst du wieder gehen ok hau ab junge ich geh ja schon weine front ich fühl mich so alleine hier durchs fenster also wieso rumpel die bummel weg oder kumpel mit bestermann schild 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 die hat die flieger ich hab 100 alter alter ich hab aber noch den abschluss ich hab noch nicht ein abgeschossen danke für die verlangsamung kein ding ja hier draußen ja da draußen das war das weg wie geil bist du denn ich bin sogar ich habe nur ein abgeroll ich habe nur ein abgeroll sind schon wieder acht minuten rum jetzt schon nicht einfach 18 kelt alter hat die zent gegen die wand aber nein abrückwärts bergrunter und hart fett gegen die wand cool aber es läuft noch mal macht das normal ich hab's nie gesehen was mit hart fett gegen die wand bummeln schärfen wir haben das iran jas iran jas iran jas was ist es so dunkel ein bisschen spaß haben wir haben sechs löser können frei wählen dann erschießen wir halt euch beide irgendwas fehlt jetzt weiß ich ich gehe nach oben was müssen wir jetzt machen ich habe ihn ich wollte mich da hoch sein und bin die runde gefallen ich kog noch nach oben ich schau was warte gar oh 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 zerkow pass auf entschuldigung nicht dadurch da piepst und da kommt hast mordig oder das treffere alter was ein loch Alter! Alter, der macht das größere Löcher als ich mit meinem C4 hier! Ich hab jetzt schon gedacht, es kommt irgendwas anderes. Ich hab nur noch 8. Bombe lokalisiert. Zu ihrer Position begeben und den Entschärfer platzieren. Ich hab nur noch 8, Alter. Wo ist die? Ich möchte wissen, was hier ist. Ich? Nee, Smoker nicht! Wir sind doch alle hier drin, Junge! Achtung! Eine Bombe wurde lokalisiert. Zu ihrer Position begeben und den Entschärfer platzieren. Ich bin tot! Nein, Smoker! Was? 13 Volt? Oder was steht dort? Auf dem Schildkrank? Von hinten! Alter, fuck! Wir haben eine Bombe lokalisiert. Zu ihrer Position begeben und den Entschärfer platzieren. Oh, das war knapp! Wie du mal überhaupt die triffst? Keine Munition mehr! Wer? Ich? Ja! Nee, Leranias! Leranias liegt! Von wem? Wo? Irgendwo oben auf der Treppe, da krieg ich grad weg. Ja, außerhalb der Schutzwinkel. Ja, außerhalb der Schutzwinkel. Ja, ich geh! Da vorne! Weiter hoch! Jawoll! Guck mal nach links! Wo ist denn der? Nach hier! Hä, wo? Ey, hier sind meist noch welche, deswegen hab ich gesagt, guck mal nach links. Huh! Äh! Ich hab' mir durchgeführt geschossen, der Arsch! Ich hab'n Entschärfer! Ich glaub' du hast grad'n Ostin in den Arsch geschossen! Ja, hab' er! Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Hhh! Alter! So, ich setz' Entschärfer! Ich werd'n Schossen! Guck mal nach! 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 Jawoll! Hahahaha! Ein Prozent noch! Das sieht schlecht aus! Ha ja! Es bleiben noch 55 Minuten! Ey, head dude! Du bist weg! Fuck! Fuck! Fuck 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 fuck! Die Reine haben die Entschärfer lokalisiert! Nein, ich bin tot! Ah Scheiße! Ich bin tot! Äh ... ... die Bombe ist in 30 Sekunden entschärft! Ah! Gib die Deckung! Ich muss nachleben! Aufwaffen! Alter Falter! Das waren zu viele, Alter, das waren zu viele. Alles hat's Ende nur die Burscht hat zwei. Holla, liebe Wildfee. Aber immerhin, du hattest einen Bombenabgang. Ja, der Fall habe ich schon nicht genommen, ne? Und? Ey, der Bester Mann! Ja, meine Damen und Herren! Was? Ne, ist er noch bei 14 Minuten? Ja, eben! Mindestens! Also diesen Fail können wir den Leuten ja nicht antun, wir müssen das definitiv wiederholen. Das ist ein Neustart. Sagst du! Ja! Bester Mann! Terroristen, die auch klassisch. Loggen wir auch mal eine andere Karte? Nö, ich gebe wieder Fenster für Fenster ab und töte alles, was da am Fenster ist. Blackbeard! Ich nehme wieder meinen komischen, äh... Parkplatz, jawoll! Lass mich, bei dem Kerl... Hey, Parkplatz 380.de! Was? Was? Also kennst du dich damit da aus, ne? Weile, da hat er die Seite gegründet. Ach, du warst das! Ach so! Er hat die Seite gegründet und er hängt doch tagtäglich! Ich wollte das eigentlich zu einer Sex-Plattform machen, aber dafür geht nicht! Microsoft, ne? Wir wollten eliminieren! Oh, geht das schon los? Was? Ich brauche mein Schild! Was? Was? Wer wurde nicht geboren? Zum ersten Mal dachte ich, ihr habt einen fahren lassen durch Diesel Rauch. Das sah gerade so aus. Tschuldigung! Leranias spielt Spider-Man. Geht doch schon mal gut los hier. Mindestens. Von wo? Von was? Oben! Aufs Dach! Auf der Treppe! Hab ich! Tom, der hätte dich jetzt kalt gemacht. Was? Wo? Ja, hier oben auf der Leiter stand einer auf der Treppe. Mich hat aber keiner geschossen. Da kommt einer! Vorsicht! Das geht! Ja! Ich bin weg! Hier ist noch einer irgendwo! Ja, das rennt raus! Wollen wir mal! In dem Raum geht der! Wo ist der? Wo ist der? Ich hab keine Ahnung! Warum will ich mich nicht? Achso, in Chat! Du, die Blut stoppen! Blut stoppen! Fuck! Da kommt der nächste! Ah, da war Schild, glaube ich. Da hat Schild aufgestellt. Ja. Es läuft ja nicht gut, würde ich mal sagen. Hilft mir jemand? Ja! Moin! Moin! Ich bin gleich sowas von tot! 3, 2, 1... Nein! Ich bin gerade da! Nein! Ich bin gerade da! Ne, oder? Alter, wo ist denn der Scheiß erst Martiko hier hin? Den habe ich glaube ich tot. Der ist... Nee, der lebt noch! Oh! Oh shit! Den hört man aber auch so laut! Ja, ne? Ja, ne? Der kann überall sein! Der aktiviere die Elektronik! Wenn nur, dass der sagt, Luke, ich bin dein Vater! Ja, komm die Treppe hoch oder runter, passt los auf! Runter! Ist der hin? Ja, der ist hin! Ah, der ist die Treppe runtergefallen! Der hat sich das Genick gebrochen, als er gestolpert ist! Und den Schwanz! Vorsicht! Hier, rechts, Bombe! Oh! Wer macht denn sowas? Gleich geht das Licht aus! Vorsicht! Die Bomben weg! Gleich geht das Licht aus! Auf jeden Fall! Zwölf sind noch da! Viel Dank, was hier dahinter ist! Und Bombe wirklich! Oh! 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 Hey! Muni-Junslager! Jawoll! Oh! Ne, ne! Ne, ne! Hier hast du Muni! Hier waren wir doch vorn! Da hatten wir doch die Geißel geschützt, glaube ich, oder? Ja, 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 ja! Oh! Kann noch mal auffüllen! Geil! Supergeil! Oh! Das war's! Elf Stück noch! Die kriegen wir auch noch! Der ist hin! Dass der immer seine Scheißblenden noch schmeißen kann! Ey, ich glaube, wir müssen noch nach oben, oder? Könnte sein! Ach, ein bisschen Verlüftung sorgen hier! Ja, das ist ziemlich stickig! Wenn die alles so verbarrikadieren? Hier haben wir ganz oben! Du musst nur überlegen, denn wenn die Typen sterben, fangen die alle an zu furzen! Was auch du, was auch du, was auch du nicht denkst! Oh, ja! Alter, wenn du so'n Darm zerschießt! Boah! Komm, du hast nur 15, ne? Echt? Ja, shit! Werher kam die Blend? Ich will wissen, was dahinter ist! Was dem braucht schon ne neue Tür! Alter, du hast doch mehr, äh... Du, Glück hat verstanden! Verstand! Verstand! Du hast mehr Glück als Verstand! Ja! Alter! Du hast nur noch 5! Ja! Du hast nur noch 5! Ich hab nur noch 5! Und das sind nur noch 5! Hab schon 9! Ne, aber noch denselben Schade! Wow! Oh! Nein! Wow! Oh! Du bist alle los! Katze! Kann man sehen! Feuerschutz! Vorne! Feuerschutz! Na! Na! Was liegt bei Ihnen gerade auch noch dabei oder so? Nope! Warte mal! Ich glaub ich hab noch einen Asportiker gehört! Da drinnen hinter der Tür! Da drinnen hinter der Tür! Warte mal! Rechts hier die Wand auf! Hier? Ne ne ne! Nice! Hätte nix genutzt! Ok! Die zerbrechen hier irgendwo Türen und sowas, ne? Wir sollten uns hier oben verschanzen! Die kommen sowieso gleich! Nein! Hilfe! Daniel von hinten! Von hinten! Was? Geh auf! Geh auf! Geh auf! Jawoll! Danke! Ich hab nur 50! Bester Mann! Bester Mann! Geh auf! Läuft! Oh! Da sieht man sogar 2 kills! Furt trocken! Geh auf! Geh auf! So kann's gehen! So läuft's! Weißt du? Weißt du? Jetzt können wir Schluss machen! Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Oh, stimmt! Wir bedanken uns alle für's Zuschauen! Wir hoffen natürlich, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei! Lass doch mal gleich da! Ich weiß, wo ihr wohnt! Oder vielleicht sogar ein Abo! Ja, das wäre natürlich fein! Nur wenn ihr wollt! Also, ich zwinge euch ja nicht! Ich bin ja nicht nächste Nacht bei euch! So, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen auch von meiner Seite! Wir sehen uns dann! Mach's gut! Tschüss! Tschüss! Katja retirierte